Ich brauche mal ein Juwelier, zum Beispiel hier mal... Da oben ist ein Lehrer. Was kann der? Schneiderlehrerin? Ne, das wollen wir nicht. Wo ist denn hier ne Wache, die man mal was fragen kann? Äh, Beruf. Äh, Jubiläer. Da. Äh? Ah. Ja, jetzt kommt man den nicht hoch oder was? Ehre den Sindorai. Selama Ashola Nore. Anari Ashola. Oh, leck mich am Arsch. Ah ja. Für den Sonnenbrunnen. So geht das also. So. Ah. Man muss also gar nicht mehr sondieren. Sondieren. So ist es ja gelernt. Nix. Oder? Unsere Feinde werden... Ach, Quatsch. Die finsteren Zeiten werden vorüber gehen. Aha. Steige aus. Du, 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 du. Du, du, du. 103, 155. Genau das gleiche. Ach, das ist ein Ring. So. Jetzt hast du. 110, 10. Okay. Der Tag der Abrechnung wird kommen. So, dann können wir uns doch unseren eigenen Hals erbauen. Sonst. So viel Herz habe ich aber wahrscheinlich nicht. 100 Kristalle. Ah. Alles klar. 5 Stück kommen raus. 13 Stunden auf der Kontext. Na. Applaus Klaus. Geheimnisse des Steins. Na gut. Dann warten wir mal. Die sind bestimmt wieder derselben geboren. Das war so klar. Magische Erde. Ja, schön. Klopfen wir mal den Scheiß hier. So. Gut. Ne, wir fliegen nicht zurück. Wir proben uns in die Garnition. So, das sind wir auch schon. Jetzt gucken wir mal, haben wir eine verfügbare Mission? Nein. Aber wir haben zwei V-Linsen Anhänger. So, da hat fleißig gewagelt. Gut. Mal gucken. Was ihr wolle. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Okay. Mal gucken. Ich bin außerhalb. Ich bin außerhalb. So, dann gehört uns nämlich die Mine, dann kann ich da nämlich jeden Tag Erz abbauen. Dann gucken wir auch gleich mal, ob man die nicht auf Stufe 2 erhöhen können. So, dann gehört nämlich die Mine uns. Sehr schön, da kann man jetzt nämlich auch direkt Erz abbauen. So... Das ist natürlich hier in der Mine noch relativ überschaubar. In der Stufe 2 gibt es dann schon deutlich mehr Erz und es gibt noch diese Wegen, wo man den Kaffee und diese Spitzhacke bekommt, mit der man dann schneller abbauen kann. Und mit der Kaffeetasse läuft man schneller in der Mine. Das ist natürlich sehr nett. So, noch zwei Stück. So, noch zwei Stück. Also die Mine wird das erste sein, was ich mit Ausbau wegen, weil ich so viel Erze brauch für den Hals den ich da herstellen möchte. Ich komme jetzt immer noch nicht in diese zwei Dinge rein für den Greipode. Ja. So kann ich den Kräutergarten ja hinten auch schon benutzen? Ne, ich glaube nicht. Ne. Redet mit mir. Mögen die Geister mit euch sein. Wir bauen ja den ganzen Scheiß da zusammen. So. Jetzt haben wir echt übel viel, was das hier. Achso, der ist eine kommende Kastele. Urgeist. Oh, Jemini. Wieder was man sammeln muss hier. Den ziehen wir mal dahin. Nicht euch den auszusehen verkaufen. Mh. Seid gegrüßt. Auf bald. Fliegen wir dahin, da können wir eine Quest abgeben. Ich brauch ein paar Schuhe. Ich brauch ein paar Latschen. Oder ein Hals. Mann. 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 Warum? Gret und Tempo ist auch nicht wirklich. Eigentlich gehört das andersrum. Eigentlich ist es beides für den Arsch. Hier gibt es ein Herz. Ach so, das ist da unten. Da kommen wir wieder hin. Es ist ein guter Tag zum Kämpfen. Für den Clan. Ich werde hier mal raiden. Opsala. Äh, mit dem da hinten. Gut, hab ich gemacht. Ne, der liegt auf dem Baum. Vielleicht kann ich helfen. Für Durotan. Ah, hier gibt es keine Ausrüstung. Scheiße. Oh. So, mit dem noch irgendwas hier. Ich höre. Ich höre. Vorsicht in der Wildnis. So, ähm, davon nachgeben. Hmm. Klopter. Jeder leistet seinen Beitrag. Das ist doch die Nachricht von der Fluss. Ich möchte das nicht auf den Fluss. Weil, halt falsch. Scheiße. Ach so. Ach so, ich muss jetzt da runterkommen. Möglich. Ja. Natürlich. Wie kann das auch anders sein? Bin ich falsch geritten. Wie kann das auch anders sein? Ja. So, aber ich glaube, ich werde jetzt hier... ...den Stream an dieser Stelle beenden. Gibt's auch ein Gasthaus. So, genau. Ich kann wieder ein bisschen der Hold-Bonus sammeln. So, ich bedanke mich fürs Zusehen. Und wir hören uns wieder. Bis dann. Tschüss.